Musik Jo Leute was geht euer Manetisierens und heute mit einem neuen Black Ops 3 Glitch Tutorial Und da zeige ich euch wie ihr die Dartpunkte Serie unendlich oft in einem Spiel einsetzen könnt Der Glitch ist sehr einfach und kann sowohl private aber auch online benutzt werden Ich zeige es euch mal im privaten Spiel Ihr braucht natürlich den Dart und wenn ihr den erreicht stellt euch genau vor eine Wand Und werft den Dart viermal dagegen, ja das geht natürlich nicht, ihr bekommt den Fehler Dann könnt ihr sie quasi problemlos einsetzen nachdem ihr es gemacht habt Wenn ihr dann sterbt seht ihr rechts unten, dass ihr schon wieder einen Dart habt Jetzt wiederholt ihr einfach das gleiche nochmal Also quasi müsst ihr jedes Mal bevor ihr den Dart einsetzt diesen viermal gegen die Wand werfen Um den im nächsten Leben wieder zu bekommen Und ja das war eigentlich der ganze Glitch, ich hoffe euch hat euch gefallen Haut da rein Leute, euer Wennetisier Euer Wennetisier Euer Wennetisier